Nase kaputt, Motor noch an. Jawoll, schöne Bärbebande mitnehmen. Rückwärtsgang wäre doch mal eine Idee, oder? Ja, lass ihn stehen, lass ihn stehen. Versuch sich frei zu können. Natürlich Rallye fahren. Solange noch drei Räder dran sind, kann man weiterfahren. Großartig! Applaus für die Zuschauer. Nase kaputt, Motor noch an. Jetzt haben wir doch mal eine Idee, oder? Ja, lass ihn stehen, lass ihn stehen.